Schon ein bisschen duo mit Chantau. Ich denke, du hast ein besonderes Talent. Ich bin unglaublich gut aussehend, unglaublich intelligent und unglaublich bescheiden. So, machen wir ein bisschen Namilution-Abuse weiter, wa? Nichts von Trash aktuell. Ist immer solid, der Champ, aber musst ihn schon sehr gut spielen, um ähnlichen Impact zu haben wie eine schlechte Enchanta momentan. Das ist ein bisschen frustrierend. Junge, Chantau, du geile Sau. Bist du schon einmal mit drei? Dann können wir gar nicht mehr so lange zusammenzocken. Wieso nicht? Ja, plan ich 1 und 0 Punkte. Wenn du da mit zwei bist, dann bin ich zu low. Oh, wie viele Punkte bekommst du denn? Das werden wir gleich sehen, nachdem wir die ordentlich zerstört haben. Ich habe schon wieder ganz, ganz, ganz wütende Menschen im Team gehabt. Oh, glaube ich. Ich hatte vorhin anscheinend zwei Chinesen, die haben sich richtig durchbeleidigt. Und was hat das jetzt einmal zu tun, dass die Chinesen waren? Weil die auf Chinesisch die ganze Zeit geschrieben haben. Vielleicht haben die sich auch über euch lustig gemacht und euch beherrscht. Nee, 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 nee. So was die gemacht haben, die haben sich schon gegenseitig sehr abgef... Na gut, glaube ich dir nicht. Na gut, schade. Warte, ich spiele mit Ignite, ne? Ja, mach das. Jo, geil, super. Dann habe ich jetzt anscheinend einen neuen Erzfeind in der Solo-Q. Der ADC, der mit Bart nicht so klarkommt, der mich jetzt jedes Mal intet. Das ist auch sehr interessant. Auf deinem Main-Account? Ja, hat sogar die Mühe gemacht, mir zu folgen auf Twitch. Und das hat ich dann geschrieben. Ja, das ist ein sympathischer Typ. Ja, warum nicht, ne? Das ist der Mitteilungsdruck. Hatte eine 95 im Namen. Ich hoffe nicht, dass das sein Geburtstag ist, weil mit 27... Huiuiui. Aber sonst sind eigentlich ganz lustige Games heute gehabt. Ich aber auch. Ja, das ist doch nice. Oh, wir spielen gegen Doc Irish Player und Elo Inflated. Das sind ja auch schon wieder genau solche Typen, die ich liebe. Und sonst, wie geht's dir, Freddy? Ich mag das Kacken. Aber ich bin dafür nicht aufgestanden. Kackst du sonst umstehen, oder was? Schon, ja. Na gut. Ich mag sehr markante und penetrante Geräusche. Und wenn es dann so ein Splumplum... Ja, Wuko ist schon wieder mit unserer Summer der Wahl wohl nicht einverstanden. Haben wir natürlich ihn auch. Stimmt. Direkt hier. Uno Reverse. Nimm kein Heal, ne? Junge, was war denn? Warum ist der Skript noch auch wieder, oder was? Alles Skript da, Junge. Ist halt wirklich so. Er ist einfach Insel weggewoft. Der ist aber mega schrocken, weißt du. Das kann sein, ja. Soll er mit zwei rein, da, oder was? Jana sicher. Jana sicher wäre auch ein cooler Name, ne? Ich bin Jana sicher. Schönen guten Tag, Jana. Wie geht's? Jana sicher. Uh, erstes Blutvergossen. Ein Äffchen sogar, Alter. Aber die hackt doch auch mit ihren Schäden. Instant Gludo-Schild auf meinem Q. Das haben wir auch sehr ungewöhnlich. Das war wirklich schnell, ne? Ja, war wirklich schnell. Wollen wir raufdäschen? Ich wollte bloß einmal kurz ein bisschen, ne? Muss es auch nicht übertreiben. Hobbys Mitte. Na, die kommt richtig runter, ne? Die hat ja nichts zu farben. Die könnte einfach durchrennen. Das ist richtig. Mal aufpassen hier. Ich habe auch noch Level 3 versucht zu griezen. Alles schon da so wütend, ne? Das ist so geil. Ich liebe die Go-Legends, Alter. Der kommt auch gleich in meinen Chat. Komm, lass mal draufklären, schon aus Prinzip, oder? Alter. Ne, warte, warte. Achso. Na gut, dann nicht. Warte die Polymer auf mich einfach, ne? Ja, stimmt schon. Also, wenn ich auch ein Twitch herstellen kann, dann mache ich das. Oh, du lust ein bisschen grief, weil der Tisch mich gegenstellt. Das stimmt. Ah, der verliert schon Passier, ist das okay. Wird die aber lieber ordentlich wegbumsen, weißt du? Ja, Junge, Level 6 sind doch einfach tot, oder nicht? Hast du ja recht, Alter. Dann mache ich ein Culling. Bam, 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 bam. Poppy ist gleich hier. Yep. Glaube ich auch. Nice, tauchen, endlich. Hier ist ein Wort. Wirst du schon sagen, ob ich besser? Alter, der Twukong pusht da oben ohne zu Worten. Lass mal seinen Twinket pingen, damit er Bescheid weiß. Nein, 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 das geht ja noch im Mäntel. Oh, der hat mich nie getroffen. Ich gehe auf den Tisch gleich, ja? Jop. Jetzt. Ich glaube, der ist Solo, oder? Na, nein, nein, ich habe meinen All-Attack auf den Ding gehauen. Poppy? Oh, eine Predator, Poppy. Ich habe ja gar nicht gegenseitig durch. Ich habe ja gar nicht ignited, ey. Ich habe ignited. Ah, ich bin am Base, ne? Haben wir bei? Ne, ich bin nicht base. Dann halt ich dich nochmal. Ich habe einen Port am Ticken. Also zwei Pötter sogar. Die richtig dicken Pötter? Ich habe diese Base. Ich glaube, ich habe nicht, dass ich es sehen. Zur Basis. Du bist du Thanos, oder was, Alter? Ich habe gerade alles, was du gesagt hast. Perfekt. Oh, Shyvana. Roar. Roar. Was ein Drache, du. Geht einfach Doppel-Dagger. Also, das ist keine AP Shyvana, ne? Was baut die dann? Mit Doppel-Bow? Taxi-Boot ist wahrscheinlich einfach rushed, oder was? Vielleicht Blade oder sowas. Ah, ne, was macht die denn? Haben wir keinen Tank-Item, first of all. Und schon ein bisschen grief, ne? Was weißt du, ich brauche ich hier? Ich bin nicht schnell. Das war ich nicht. Ich habe kein Wort mehr. Ich habe gerade eine ganze Zeit gesucht, wo du ihn gestellt hast, wenn ich dich nicht gesehen habe. Was macht die? Da kommt Popi. Nice. Oh, hä? Was macht sie? Was ist denn das jetzt hier? Die Jungler sind einfach ein komisches Volk, ne? Also wirklich. Ja, ne, sie wollte schon einfach nur Popi. Würde eigentlich Tower-Planning schon leben wollen? Was? Ich share das mal schön. Aha. Der ist da wieder, oder was? Ja. Ich habe Tower-Agro bekommen, leider. Das ist nicht so nice. Aber, old to house. Einfach noch die nächste Wave direkt reinschaffen, dann passt das. Das war schon ja greedy, ne? Nö, nö. Na, doch. Ich habe Ult up. Und Gelb raus. Das ist vorhanden, oder? Oh, ne, wird schon residen. Ich muss in den Scheiß rein. Ja, klar. Und dann bleiben wir die schon weg, ne? Kannst du die einfach durchlaufen und da babbeln? Äh, ne. Oh, schade. Naja. Hier haben die Dreck gemacht. Das stimmt. Da kommt gleich eine Popi. Ich gehe hin. Ich komme mit. Oh, jetzt keine Verstorrenheit mehr. Jo, ich habe Bubble, Double Bubble da rauf, weißt du? So, der macht halt ne Ult. Oh. Okay, war Damage, ne? Da war die Popi noch, ne? Ja, okay. Echt so, das ist unsere Shyvana, du. Jetzt sind die einfach wieder, weißt du? Nee, Alter, auf. Na, das sage ich auch immer. Das ist eigentlich ihr Auftrag immer. Ich weiß. Oh, ich bin reingelaufen. Ich bin noch nicht. Töten, töten, töten. Ich bin Assassinami, ne? Oh, was? Warte, ich mache den. Ich mache den alleine. Mach du den, mach du den. Der Ult ist doch, oder? Ja, dann musst du dodgen. Gott, ich nicht. Du hast keine Mana mehr. Ich habe einmal noch eine. Nein, habe ich nicht. Oh, Mann. Ich habe zu wenig hier Tech-Speed. Sie hat, eh da rein. Nein, der geht einfach fest. Oh, mein Gott. Oh, oh. Was? Und jetzt? Der darf in Tower Range. Der darf in Tower Range. Oh, Gott. Der darf in Tower Range. Oh, 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 oh. Oh, Twitch. Ich habe gleich Ult up, wenn ich da bin. Und das auch. Das war Salven Codon. Was heißt Gale Force nochmal auf Deutsch, Leute? Das fand ich übel lustig letztens. Ähm, Schwartenstiefel. Ne, Sturmwind? Ah, ne, das war echt. Ne, dann ist es auch nicht das, was ich lustig fand. Wo ist denn? Ich glaube, der ist gestalft. Stimmt, Straitbreaker ist Schikane, ne? Ach, Schikane, eh? Ja, geil. Ich habe noch nie Text mit Blut auf Blut im letzten Spielen. Ziemlich dumm, ne? Super weird. Ich bin auch nicht gelb rausgegangen. Hm, das ist auch ziemlich dumm. Das stimmt. Wollen wir den jetzt schießen, oder was? Wollen wir hier gerade reingepingt, zum Beispiel? Oh, doch nicht. Das gehst du ja so rauf? Guck mal. Ne, ne, das ist doch doch da. So egal. Jetzt bist du tot, super. Jetzt bist du auch tot. Also, das war ja wirklich ein Null-Sendash. Ich kann ja auch Rundschotten. Naja, musst du wissen. Ja, das war eine schon. Eilbreaker heißt Rumpfbrecher. Schön mit dem Rumpfbrecher ein bisschen split-pushen. Du bist ja gar nicht hier. Ich bin ein bisschen langsam. Was machen wir denn? Wir sollen die nächste Wave nehmen, aber du konntest dich verpissen. Ne. Na gut, schade. Okay, ich gehe Basis. Dann frühest du gleich. Können wir doch aufräumen, oder? Ja, schon. Hier ist eine Lulu. Hast du was? Na klar. Was war das? Jetzt willst du es nicht mehr. Hast du noch Pickwood? Ne, wenn du so einen kleinen reinschrauben willst, darf es schalten, ne? Ja, mach ich, mach ich, mach ich. Hey, Poppy ist ja wirklich, also, mir ist ein bisschen leid. Oh, wo kommt, flinkt, wo kommt, flinkt? Ich habe noch Geld, Forst. Junge. Ich habe noch Geld zu sein, oder? Wie stumpf, einfach plopp. Du hast ihn vertönt, oder? Ja, mach mal. Ja, da, 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 da. Oh, guck mal, Junge, den will ich einfach mal eins überbraten mit seiner Pisshaxt. Oh, wo, 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 wo. Der geht auf dich. Ei, 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 ei. Die hat doch Ult ab, ne? Ah, scheiße. Ich glaube, die hat ja auch One-Shot'n können mit einem Charm. Ah, das ist natürlich blöd. Oh, das sage ich jetzt aber eigentlich. Ja, aufräumen. Ja, weiß ich nicht, ne? Wir sind glaube ich jetzt gerade alle Botlane. Ja, das ist ein gutes Play-Doh. Ich glaube, wir haben alle drei Rute, Alter. ist aber völlig okay gehen jetzt weiter oder da war ein wort oder wenn ich so was dass wir kommen mit der mitte mit der mitte los um hier ist so sehr ich wollte nicht gelb muss einsetzen im letzten moment dachte ich mir so mache ich doch habe ich nicht und welchen twitter ballert uns richtig weg von hier stimmt eigentlich mit dem ort da stehen wir sollten hier auch eigentlich weg machen den pink wurde ja gut dann kann sich mal heilen habe ich fliehen im treff ich auch bei kreiner waren dann weil da kommt der twitch auch noch der macht einfach wegrennen das matter ist wenn ihr richtig die jahre ist dann ja schade ist aber auch einfach wirklich schwierig wir haben hier ich habe nichts von antin gesagt das war der twitch hat lassen der twitch hat also sorry das wollte ich nicht so laut sagen sorry leute ich meine ich euch die menschste ausstedt spielzug gummi wer ich glaube der xia hat wenig weiter spielen ein bisschen da gibt mich ja dann guck mal das doch drauf ach so was hast du den mist jetzt gut schnell weg erstmal tun muss man ein bisschen eier zeigen jetzt hier ja aber guckte man was macht dann da weiß ich nicht ich wollen den krachen machen weiß jetzt um die poppys auch schon gerade die perfekte welle junge junge stolz auf mich du musst doch öfter so die uhrzeiten so einfach um die uhrzeit so besoffen in den chat kommen die sagen dass sie besoffen sind ja ich glaube ich war scheiße ist beides gut pedo stimme 15 punkte aber dann irgendwann nicht mehr in bezüge was er vorhin war jemand drin aber er hat geschrieben da bekommst du ein stimmbruch darauf habe ich nicht reagiert und dann zwanzig minuten später kannst du bitte deine stimme verändern oder so was ich kann mir dieses piepsige nicht antun und dann auch noch die aussage integriert ich hatte irgendwas gesagt so gut von wegen so weird manche leute ja ja irgendwas zu druck gesagt von wegen dass irgendwas verschwörungstheoretisches was halt offensichtlich toll war aber ich werde das ernst genommen glaube ich ja anyway wenn man irgendwelche sachen nicht gut findet wenn man sich was nicht anhören möchte oder so weil meine stimme ein bisschen hoch ist und dann kannst du einfach kannst du einfach den stream verlassen der hat sich halt frei entschieden mein stream zu schauen und dann hat er das geschrieben nach 20 minuten zwei dinge halt ja menschen ist einfach nur super wirkt wirklich einfach nur ein fangliert